Heute schauen wir uns die Nanoleaf META E27 Leuchtmittel an. Nanoleaf ist bekannt für seine coolen und innovativen Smart Home Produkte, aber wie schlägt sich das Leuchtmittel in der Praxis? Ich habe es für euch getestet, also lasst uns direkt loslegen. Beginnen wir beim Unboxing. Die Verpackung ist wie immer ziemlich schlicht gehalten. Ich habe hier das Dreierpack, welches oft für unter 40 Euro zu haben ist. In der Verpackung ist alles drin, was ihr braucht. Die Glühbirne, ein kleines Handbuch inklusive META Code. Und das war es auch schon. Nicht viel Schnickschnack, genauso wie ich es mag. Schauen wir uns mal die Spezifikationen an. Die Nanoleaf META E27 Leuchtmittel leisten eine maximale Helligkeit von 800 Lumen. Mit 16 Millionen Farben habt ihr die Qual der Wahl und das Leuchtmittel hat eine Lebensdauer von ungefähr 25.000 Stunden. Aber das wirklich coole an dem Leuchtmittel ist die Unterstützung von Thread und META. Aber dazu gleich mehr. So, kommen wir mal zu den Features. Das absolute Highlight der Nanoleaf META E27 Leuchtmittel ist definitiv die META-Unterstützung. Falls ihr noch nichts von META gehört habt, das ist der neue Smart Home Standard, der alle Systeme zusammenbringt. Apple HomeKit, Google Home und Amazon Alexa. Und dann ist da noch Thread. Für alle, die es nicht wissen, Thread sorgt für eine schnelle und stabile Verbindung eurer Smart Home Geräte. Ganz ohne Hersteller-Hubs. Ihr benötigt lediglich einen Thread-Border-Router, also aktuell eines dieser Geräte hier. Alternativ könnt ihr das Leuchtmittel über Bluetooth per Nanoleaf-App steuern. In der Nanoleaf-App könnt ihr neben dem Leuchtmittel an- und ausschalten, auch Farben wechseln, Helligkeit einstellen und Szenen erstellen. Ich halte jedoch die Nanoleaf-App für nicht besonders gut gelungen und man sollte definitiv seine Lampen lieber über Thread steuern. In Apple HomeKit, Alexa oder Google Home oder vielleicht sogar in Home Assistant. Die Nanoleaf-App wird jedoch relevant, wenn es um Firmware-Updates für die Leuchtmittel geht. Diese können zurzeit nur über die App und in Bluetooth-Reichweite durchgeführt werden. Dank META und Thread ist die Einrichtung kinderleicht. Leuchtmittel in die Fassung schrauben, in Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home oder Home Assistant ein neues Meta-Gerät hinzufügen, anschließend nur noch den Meta-QR-Code scannen und das war's auch schon. Keine komplizierten Setups, keine extra Hubs, einfach Plug and Play, so wie es sein sollte. Auch das Drücksetzen der Nanoleaf-Leuchtmittel ist kinderleicht. Dazu einfach das Leuchtmittel 5x aus- und einschalten im 3-Sekunden-Rhythmus. Nach dem 5. Mal einschalten, blinkt das Leuchtmittel rot und signalisiert damit, dass es erfolgreich zurückgesetzt wurde. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Die Nanoleaf-META E27-Leuchtmittel glänzen vor allem durch die einfache Einrichtung dank Meta- und Thread-Unterstützung. Mich als Smart Home-Fan freut es zu sehen, dass Meta und Thread so langsam massentauglich wird. Positiv hervorzuheben ist hier auch ganz klar der Preis. Es handelt sich hier um ein farbiges Leuchtmittel mit E27-Fassung, welches pro Stück eine UVP von 19,99 hat. Wobei die Lampen auch sehr oft im Angebot sind und dadurch deutlich günstiger zu haben sind. Falls ihr, so wie ich, gleich einen Dreierpack kauft, spart ihr nochmal zusätzlich. Ich verlinke euch die Leuchtmittel in der Videobeschreibung. Die gewöhnungsbedürftige Bauform der Leuchtmittel finde ich persönlich nicht besonders gut gelungen. Jedoch werde ich das nicht als Nachteil zählen, da meist die Leuchtmittel sowieso hinter einem Lampenschirm versteckt sind. Was meiner Meinung jedoch sehr wohl ein Nachteil ist, sind die Fadenfarben der Nanoleaf Essentials Leuchtmittel. Ich habe diese direkt mit meinen Philips Hue Leuchtmitteln verglichen. Bei Philips Hue sind die Farben deutlich kräftiger, wobei man bei Nanoleaf immer nur ein sehr helles, weißes Licht sehen kann. Ich habe es versucht in der Kamera irgendwie aufzunehmen. Ich hoffe, ihr könnt im Video den Unterschied erkennen. Natürlich sind die Philips Hue White & Color Ambience Leuchtmittel mit ca. 50 Euro pro Stück deutlich teurer. Daher darf man von den Nanoleaf Essentials Leuchtmitteln nicht zu viel erwarten, was Farbgenauigkeit angeht. Mir ist das auch nur im direkten Vergleich zu den Philips Hue Leuchtmitteln aufgefallen. Im Alltag reicht mir die Farbdarstellung der Nanoleaf Essentials Leuchtmittel völlig aus. Auch direkt hinter mir zu sehen ist ein Nanoleaf Meta E27 Leuchtmittel, was meiner Meinung nach ein sehr gutes Licht auf meinen Hintergrund wirft. Ein weiterer Nachteil, zumindest bei mir, ist eine verzögerte Eingabe der Farbauswahl. Sowohl in Google Home als auch in Home Assistant werden Änderungen eines Leuchtmittels mit einer deutlichen Verzögerung bzw. mit einem kleinen Zucken dargestellt. Die Leuchtmittel befinden sich im gleichen Raum wie ein Thread Border Router und andere Thread Router. Ich habe online dafür bisher keine Lösung gefunden, aber ich vermute, dass es sich irgendwo um ein Problem in meinem Thread Netzwerk handelt. Zusätzlich habe ich auch den Nanoleaf Support dazu kontaktiert, habe aber bisher noch keine hilfreiche Antwort bekommen. Sobald ich eine Lösung für das Problem habe, werde ich einen Kommentar in den Kommentaren anpinnen. Nichtsdestotrotz kann ich die Nanoleaf Essentials Meta E27 Leuchtmittel jedem weiterempfehlen, der sein Smart Home mit günstigen, modernen und zukunftssicheren Leuchtmitteln ausstatten möchte. Zudem ist die Einrichtung auch kinderleicht. Und ich bedanke mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.